Das Programm ist sehr ad libitum ausgewählt. Es sind sehr verschiedene Stücke. Das ist die zweite CD mit Label, die schützt auf jeden Fall. Die erste war für Giga New von »Ein bulgarisches Leben« und da habe ich die Integralwerke aufgenommen von Albena, Petrovic, Fracianska. Und die CD kam aus der Idee her in die gleiche Idee, wie die Werke auch sind, also die der Freiheit. Untertitelung des ZDF, 2020 Takemitsu »Raintree Sketch 2« ist ein Stück, was auch sehr stark zur Natur verbunden ist. Takemitsu hat sehr oft seine Stücke nach Naturlandschaften oder Impressionen benannt. »Raintree Sketch 2« ist ein Stück, was auch sehr stark zur Natur. »Raintree Sketch 2« ist ein Stück, was auch sehr stark zur Natur. »Raintree Sketch 2« ist ein Stück, was auch sehr stark zur Natur. »Raintree Sketch 2« ist ein Stück, was auch sehr stark das Gleiche zu sehen. Vielen Dank.